Herzlich Willkommen zu RALENTANDO! So am See sitzen, den Sommer geniessen, die Sonne geniessen, das gibt ein gutes Gefühl. Um Gefühl geht es auch heute im RALENTANDO. Und zwar Gefühle in der Religion. Und bei der Religion, da ist nicht nur das Gefühl, sondern Gefühl und Verstand im Zusammenspiel. Darum geht es im heutigen RALENTANDO. Bleiben Sie dran!